6,5 Jahre mussten die Zuschauer in Genf auf Superleague-Fussball verzichten. 6'700 waren bei der Rückkehr von Servet dabei. Der Aufsteiger ganz in Weiss mit nur wenigen Änderungen im Kader gegenüber der letzten Saison. Man will den Aufstiegsschwung mitnehmen, kam aber gleich unter Druck nach der Flanke von Lustrinelli auf Stefan Andrist. Dieser im Zusammenspiel mit drei Mann. Wieder Andrist mit Zeit und Platz zum Flanken. Schneuli, Tor! 0 zu 1 nach 70 Sekunden. Christian Schneuli von IBG kommen, schiesst Thun in Führung. Ja, hallo Servet, willkommen in der Superleague. Da wird einfach nur zuschauen, am und im eigenen Strafraum bestraft. Perfekter Auftakt für Thun-Trainer Bernard Schalant. Wenig später, Eckball Schneuli. Lustrinelli 0 zu 2 nach neun Minuten. Ja, gibt's denn das? Der Rückkehrer, wie man ihn kennt. Ein Vollblutstürmer mit dem richtigen Torriecher, auch mit 35 Jahren. Servets Nater mit der unfreiwilligen Vorlage für Mauro Lustrinelli. Servet-Trainer Juan Alves mit Sonnenbrille, als wollte er sich das Spiel schön sehen. Er reagierte, nahm schon nach 19 Minuten Jérôme Schneider raus und brachte Lionel Pizzinat, der 1999 mit Servet Meister geworden war. Der Aufsteiger wurde nach dem Startschock besser. Esteban vergab die erste grosse Möglichkeit. Das Spiel nun ausgeglichen. Freistoß, Servet de Acevedo, Kopfball Routis und der Anschlusstreffer. Christopher Routis mit dem 1 zu 2 nach einer halben Stunde. Der Franzose erwischte mit seinem Kopfball-Tunkeeper David D'Acosta. Die Hoffnung war zurück im Stade de Genève. Und Esteban hatte wenig später gerade den Ausgleich auf den Fuss, der einstige U21-Internationale vergab. Dann aber ein Aussetzer von Diallo, Lustrinelli zog los. In der Mitte Andrist, Stefan Andrist, ohne Worte. Zur zweiten Halbzeit kam bei Servet Carlos Varela. Der bringt ja meist etwas Farbe ins Spiel. Zuerst aber Julian Esteban, der begnadete Fussballer, der so oft verletzt ist. Mit der schönen Hereingabe, der Acevedo kam knapp zu spät. Die erste Aktion von Carlos Varela. Hier am Ball. Schön die Hereingabe auf Ödis. Und den Kopfball sahen viele schon drin. War aber nur Aussennetz. Ödis, auch er war eingewechselt worden. Joao Alves trieb sein Team nach vorne. Doch Servet brachte nicht mehr viel zustande. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Schlauri mit dem weiten Einwurf. Ödis und Acosta musste sich nochmals ganz lang machen, um den Ausgleich zu verhindern. Es blieb beim 1 zu 2. Servet büßte für die katastrophale Anfangsphase. Ja klar, die erste Ballberührung war nach dem ersten Tor. Es ging schlecht los für die ganze Mannschaft. Und wenn man so beginnt, ist es natürlich nicht einfach. Ja, es war ein super Auftakt. Ich glaube, nach 8 Minuten oder so war es schon 2-0. Und für uns hat das Spiel gut angefangen. Wir haben sehr aggressiv gespielt, hohen Angriff. Und es hat sich belohnt zum Glück. Und auch für euch persönlich natürlich grosse Zufriedenheit, oder? Ja, super. Ich konnte es mir nicht schöner vorstellen. Und es ist natürlich top. So jubelte in Genf nur eine kleine Gruppe. Servet Thun 1 zu 2. zur Zufriedenheit. Vielen Dank.